Weißt du wer? Lockstar Oh nein, bitte nicht Oh nein, bitte nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Was? Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin nicht aufgeregt Ich bin nicht aufgeregt Ich bin nicht aufgeregt So, ich hab dir eine Schutzweste aufgeschnitten Damit du wieder Luft kriegst Aber einfach pisst euch Jungs Ich hab mich gefunden Ich hab mich gefunden Ich hab mich gefunden Ach, da war die Kein Pisser Alles ok, alles ok Alles gut soweit? Wir schauen uns nur die Menge an gerade Ne, alles gut Ne Party, wo wir nicht eingeladen sind Ja, was ist das? Wir sind wirklich Hakan, wir sind sehr enttäuscht von dir Ja Guten Tag die Herren Also manchmal bin ich auch enttäuscht von euch Ein Zug Ach, alles Gute zum Geburtstag Vielen Dank, vielen vielen Dank Ähm Hast du Geburtstag? Ja Ja, wir sammeln gerade Spendengelder auch nochmal fürs Geburtstagskind Also Ja, wir haben leider nichts, wir sind arme Staatsbeamten Genau, deswegen seid ihr auch nicht eingeladen Oh Hakan Das hab ich mir grad gedacht, Alter Habt ihr nicht gehört Ey, tut immer so, ihr werdet voll gut bezahlen Was soll die Scheiße? Ich enthalte mich Ich wünsch ihnen noch einen schönen Ich hab ne Überraschung für dich Ach was, deine Freundin? Äh, ja gut Die ist natürlich auch wichtig und so Aber was anderes Ja Warte Schau mal Warte Nein So Hab ich es gemacht? Ehrlich? Ja Komm, gib auf mich Oh mein Gott, hör auf Hallo Ach was Oh, danke Papi Hallo Hallo Wie geht's den Damen? Hallo 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 Guten Abend Guten Abend Guten Abend Guten Abend Guten Abend Ich hab die Dame als erstes angesprochen Hallo Hallo So Herr von Ist mir egal, ich hab die Dame angesprochen Wurste ne Familie Sag ja Ähm Ähm Komm das ist die Gelegenheit Ganz kurz mit dem Familiengespräch Äh Familie Sag ja, sag ja, komm schon, das wär so cool Ähm Ja Ja Das kommt mir nicht so Was sind wir los? Ach was, Papa, wie geht's dir? Wie siehst du aus? So Meine kleinen Habibis Was ist dein Ding? Was ist das? Das ist ja Wohl, komm mal bitte Habe ich auch noch kurz Oh Oh Ich kann mich nicht Ach Habe ich mich nicht Ich bin Wie ich bin Ich bin Ich bin Schöne Ich bin Ich bin Habib, er warst du nachdem. Ich hab mich auf dem Weg. Ich hab mich auf dem Weg. Gozi 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 Flow Habib ist alle zusammen. Gozi 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 Flow Ich hab dich auf den Naskapur gesagt. Ich hab dich auf den Naskapur gesagt. Haywan, ich weiß nicht mehr. Gozi 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 Flow Gozi 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 Flow Habib, uş Huft Uuuh Uuuuuh Uuuh 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 Uuuuh Uuuh 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 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 5 6 So ein Bastard auf dem Band wie Jens. Rosatöse. Ich habe zu viel Zeit gemacht. Denn, wo ich nicht. Ja, ich bin voll. Ich bin kein Auftrag. Ich bin ein Acker. 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 Komm, komm, komm. Ich bin ein Acker. Ich bin ein Acker. Hey! Hi Papa! Hi! Fühlt euch lieber bei mir! Na? Als kleiner kann. Ja! Mencilei, erler, Sie mieten es für dich, ne? Ja, du kannst mir das Geld einfach überweisen. Oh Gott, du bist ein Wokin... Boah, den geb ich dir... Den Wokin' ich dir Butter... Oh Jige Jige! Ich hab' nicht gefeckt! Nur ein bisschen. Äh... Warum ist der Typ auf einmal halt nackt? Du musst schon immer halt nackt? Das ist unser Onkel. Ach so, okay. Ach, das ist unser Onkel. Ja, aber nicht blutlinienmäßig. Ach so, also was jetzt? Also, ich verstehe nicht. Ähm, okay. Hat der denn auch Probleme da oben an? Boah, was ist denn? Was macht der damit? Sieh ein bisschen lauter. Boah. Okay. Ich kann... Oh, was? Original von Dyson hat. Ja, was ist los? Das sind, äh... Das sind deine... Das ist mein Onkel? Nichten? Genau. Ja. Und... Das ist dein Onkel, ja? Ja. Aber nicht blutlinienmäßig. Wollt ihr mit Okin-Nikolai einsaufen, oder was? Ja, auf geht's. Auf geht's, würde ich sagen. Party, Baby! Na klar, kann ich kurz mit dir rein? Na ja, klar. Wenn ich mitbekomme, dass einer meiner Tächte irgendwie gewandert, bringe ich dich eigenhändig um. Wir wollen nachher duschen. Ja, du kannst duschen, aber alleine, wenn ich mitbekomme, dass hier irgendwas passiert, du weißt, ich bin für Krieg zuständig, ich bring dich um, Junge. Machst du doch nicht. Ich hab dir meine eigene Schwester gegeben. Hab ich die, ich hab dir meine eigene Schwester gegeben! Du hast sie mir nicht gegeben, ich hab sie dir weggemommen. Ich hab's zugelassen. Ich hätte auch anders mit dir verfahren können. Ja, ich lasse das auf gar keinen Fall zu, damit das klar ist. Lambo-Schlüssel und Ferrari-Schlüssel. Beide. Beide. Hast du mich an einen bunten Punkt getraut, sag ich dir. Viel Spaß damit. Nein, 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 wir sind noch nicht fertig. Du hast jetzt zwei Supersportler. Plus 1,5. 1,5 Millionen? Ja. Ne. Du weißt doch, was es mir wert. Weiß ich nicht. Doch. Nein! Nein! Ob du willst oder nicht? Nein! Doch. Nicht mal wir sind Blutsverwandt. Pff, jetzt, jetzt. Wir sind Blutsverwandt, sind wir nicht. Hallo, Hamza. Wir sind nicht Blutsverwandt. Weißt du, Blut macht seine Familie. Du bist trotzdem wie ein Sohn für mich. Loyalität macht. Ja, ich bin loyal. Ich hab angemacht, ich bin Player 1. Aber die sind auch... Nein, wir heiraten nicht. Nein, was heiraten wir? Wir heiraten nicht. Ja. Die kennst du seit... Die kennst du doch seit... Seit wann kennst du die Mädels? Die sind als deine Töchter. Die hast du nur... Die hast du nur als deine Töchter, weil die für dich arbeiten sollen. Pff. Ey, das tut mir aber weh. Das hast du doch gestern noch gesagt. Nein, 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 nein. Wir sind eine glückliche Familie und eins gemacht und eine Jungen. Was denn? Was denn? Ich sag's nur, euer Onkel, der hat's so. Man kriegt einen Korb nach dem anderen, ne? Bewegung. Hey, wir haben noch gar nichts gemacht. Oh Chef. Hallo. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du Familie hast. Oh mein Gott, die nur um meinen Körper frei haben. Komm mal, was? Und dann versuchst du mir eben noch deine Töchter anzudrehen für 1,5 Millionen? Was? Ist das dein Ernst, Papa? Oh mein Gott. Ey, ohne Scheiß nichts. Das kann mir sowas nicht geben. Das kann nicht dein Ernst sein. Was ist hier los? Was wollt ihr von mir? Nein, nein. Ich glaub das gerade nicht. Ey, du kleine Ratte. Ich hab dir 50k gerade gegeben. Bleib hier. Ich kümmere mich um dich. Rache ist süß, Nikola, Rache ist süß. Einfach nicht. Ey, ist das euer Ernst? Ey, komm her! Komm her, wir klein das jetzt. Für 100k hat er gesagt, krieg ich's. Ey, ich hab dir gerade 50.000 gegeben, weil ich euch lieb habe, okay? Keiner kriegt keine Geld. Das kannst du Papa fragen. Als ob ich euch verkaufen würde. Seid ihr dumm, dass ihr so eine Scheiße glaubt. Ich hab euch gerade gesagt, der Typ dort hinten, der hat sich nicht unter Kontrolle. Und jetzt macht ihr sowas? Echt schade, ich hab das nicht gedacht. Ja, das war auch nur mit der Erfahrung mit Bobby, Papa. Was für Bobby? Ich hab Bobby Hobbs genommen. Ich meinte zu ihm, ey, hier. Wen du machst faxen? Nein, das war ein Spaß. Ich weiß einfach nicht, ob ich das glauben soll. Das Geld, was er mir gegeben hat, war fun für alle Fälle. Falls irgendwas passiert, fick ich ihn damit. Hat er wirklich nur Spaß gemacht? Ja, das war der Bumerang für den Diss, den er kein E-Mail im Rap gegeben hat. Wisst ihr aber, was das Problem ist bei der ganzen Sache, Nikolai? Mhm. Was denn? Dass die ganzen Leute um dich herum weggehen, sobald jemand mehr Geld hat. Das war ein bisschen gemein. Das war ein bisschen. Papa, mach das nicht. Guck mal, er hat dazu nicht mal irgendwas zu sagen. Wie war das mit den Herzen? Oh Gott, ich... Ja? Papa, das war jetzt echt. Das war die doch kein zwei Minuten hier. Das war's. Das war's. Ja? Ja? Das war's. Das war's. Ja? Das war's. Ich hatte das. Bis zum nächsten Mal.